Lieber Gunnar, das ist jetzt schon eine Zeit lang her, ein paar Wochen, wo ich das erste Mal von dir gehört habe. Und zwar, wo du ein Interview mit dem Gerald Hüder gemacht hast. Und der Gerald hat gesagt, Ronald, das ist ein gutes Video, leg das bitte auf meinen Kanal. Da habe ich natürlich ein bisschen dieses Video reingeschaut und nichts war da gedacht. Und dann gingen so die Tage ins Land und dann hat einer gesagt, oh, den Gunnar, als ich ja selber einen Kanal angefangen habe, mit Interviews zu machen, wo das jetzt von dir auch erscheint. Und dann, den Gunnar, den musst du unbedingt treffen, der wird auch super da reinpassen. Okay. Dann der Nächste, oh, den Gunnar, den musst du unbedingt treffen. Da dachte ich, okay. Und dann der Dritte, dann dachte ich, also gut, jetzt, Roland, musst du mal gucken, wer der Gunnar überhaupt ist. Die wurden alle von mir geschickt. Eindeutig. Also, zu jedem Fall im Feld waren die. Und dann habe ich so ein bisschen ein paar Videos angeguckt. Und auf jeden Fall, was so beeindruckend war, deine ruhige, sachliche Art, ein komplexes Thema, schön zu moderieren. So, das war das, was ich wahrgenommen habe. Und dann habe ich nach und nach so ein paar Videos von dir gesehen, wo es richtig schön kritisch werden, also selbstkritisch. Quasi, wenn wir uns jetzt vor drei Wochen bei dem eigentlichen Termin besprochen hätten, wäre das Thema ein völlig anderes. Aber jetzt hast du ein Symposium abgehalten. Jetzt merke ich, du bist ja schon wirklich gut auf dem Weg. Da muss man einfach nach anderen Dingen fragen. Ja, die Zeiten verändern sich ja so schnell. Die Zeiten verändern sich schnell. Und das ist Leben. Diese Veränderung mitzugestalten und da mit reinzukommen. Zuvor dachte ich, ja, du warst Lehrer und hast deinen Lehrerberuf sozusagen an Lage gehängt, weil du an einen Punkt kamst, wo du nicht mehr gesagt hast, das kann ich mit meinem Gewissen vereinbaren. Und dann habe ich aus irgendeinem Video aufgeschnappt, dass du anderthalb Jahre jetzt sozusagen, wo du selbstkritisch rangegangen bist, was hat es gebracht? Jetzt habe ich auf deiner Webseite nachgelesen, dass Kaiser TV aber seit 2016 schon gibt. Also offensichtlich hast du schon ein bisschen mehr gemacht. Erzähl doch mal. Die anderthalb Jahre waren einfach bezogen darauf, wie jetzt für uns gerade diese Welt so deutlich sich beschleunigend verändert. Das bei mir hat natürlich auch so ein Prozess jetzt schon von länger eingesetzt, der sich aber jetzt auch eben nochmal verdeutlicht hat oder verschärft hat. Und auch tatsächlich in meinem Ton, weil du jetzt eben gesagt hast, ruhig, ernsthaft, analysierend. Das stimmt teilweise, ist aber auch manchmal genau, behaupten meine Kritiker das Gegenteil. Und da gebe ich Ihnen auch teilweise recht, weil ich manchmal auch jetzt polemisch geworden bin oder Dinge überspitze, zuspitze, rhetorisch auch nochmal ein bisschen auf den Punkt bringe, wie ich sagen würde. Weil die Zeiten jetzt auch im Moment nicht mehr so unbedingt nur für ruhige Analyse und das ausgleichende Gespräch da sind, wie ich finde. Es ist wirklich sehr, sehr kritisch, was gerade passiert. Und da muss man auch manchmal sehr, sehr deutliche Töne finden und sich auch nicht vor der Geste der Empörung total scheuen. Ja, uns ist das ja abbezogen worden. Früher hieß es noch Empört euch mit Stefan Essel. Und dann waren das aber die Wutbürger. Ja, ja, die haben sich empört und die sind ja auch alle eben dumm oder böse. Und das hat dem Gestus der Empörung und der Verweigerung auch und des Neinsagens ja ganz schön Wasser abgegraben. Und da versuche ich manchmal, mir das eben nicht abgraben zu lassen. Das ist gut. Ich, weil das Buch Empört euch, das habe ich vor ein paar Jahren auch gelesen. Mittlerweile sage ich, Empören ist die falsche Antwort auf die Zeit. Also nur Empören reicht nicht aus. Was ich auch gemacht habe und gerade heute fertig gelesen vor unserem jetzt Meeting. Ich liese ab und zu mal Bücher, die ich zuvor schon gut fand, nach ein paar Jahren wieder. Und jetzt habe ich Nisam Taleb's Antifragilität gerade wieder durchgelesen. Und kurz vorm Ende auf Seite 2558 fand ich ein Zitat. Das passt so gut. Ich zitiere aus seinem Buch. Feiglinge kommen als solche zur Welt. Sie werden nicht dazu gemacht. Sie bleiben Feiglinge. Wie viel Unabhängigkeit man ihnen auch einräumt und wie reich sie auch immer werden. Das ist interessant. Nikolas Nassim Taleb wurde gesichtet am Londoner Flughafen mit Doppelmaske und er hat sich auch zu Corona überhaupt nicht in dem Sinne geäußert, wie es eigentlich aus seinen Erkenntnissen von Antifragilität nämlich hervorgehen müsste. Das ist meine große, jetzt mal abgesehen von dem tollen Zitat über Feiglinge, meine große, wo ich auch staunend davor stehe, wie so viele Menschen und Intellektuelle, die in den Jahren zuvor eigentlich genau das schon mal aufgezeichnet haben, analysiert haben, was jetzt eben so deutlich passiert, wie sie jetzt alle einknicken oder naiv sind, blind sind, das nicht erkennen, dass genau das passiert, wovor sie immer gewarnt haben. Naomi Klein, Noam Chomsky, Harald Welser, Richard David Precht, um jetzt ein paar Deutsche zu nennen und das zieht sich leider eben dann auch bis Taleb durch. Ich fand es hochinteressant, genau was du sagst, ist absolut nachvollziehbar. Wie gesagt, ich habe das Buch jetzt am Stück mehr oder weniger durchgelesen in den letzten zwei, drei Wochen mit ein paar anderen Buchern halt in Verschränkung und ich dachte wirklich, das, was da drin steht, ist eine Blaupause, wie man sich jetzt bei Covid, bei dieser Pandemie, bei dieser angstgesteuerten Sache, wie man sich antifragil halten soll. Und da dachte ich, jetzt gucke ich mal, wie er sich geäußert hat, weil jetzt hat er ja endlich den schwarzen Schwan und kann sagen, hier ist es, jetzt habe ich gegoogelt und genau auf das Gleiche kam ich auch noch. Halleluja! Erstaunlich. Erstaunlich, ja, erstaunlich. Und wenn man sich so, ich war jetzt die letzte Woche so ein bisschen im Kurzurlaub und habe davon nichts mitbekommen, aber ich habe mich dann gestern wieder aufgeschlaut und dann kam natürlich gleich her, hast du das gesehen, was am 1.8. da in Berlin passiert ist? Nee, gut, recherchiert. Und dieser Wertemoralmaßstab, also eine Woche zuvor diese Demo Christopher Street Day in Berlin, 65.000 Teilnehmer, die wurden gefeiert und stand natürlich, es fand statt die Demo. Eine Woche später mit 5000 Queerdenkern verboten und niedergeprügelt. Wo ist der Wertemassstab? Also der doppelte Standard, der hier angelegt wird, der ist ja auch nicht erst seit gestern. Was mich da doch verwundert, ist, dass man auch mit den Bildern nicht mehr groß bewegen kann. Also man kann das jetzt ja sehr, sehr deutlich alles nebeneinander halten, aber es hat keinerlei Wirkung bei denjenigen, die jetzt eigentlich sagen müssen, hey, was ist das für ein Staat? Also wenn schon Freiheit, dann Freiheit für alle und Versammlungsrechte. Das wird negiert, das wird entweder ausgeblendet oder es wird einem, wie mir dann auch manchmal so eine Art Weinerlichkeit vorgehalten. Ja, hab dich doch nicht so, das ist doch nicht so schlimm, das sind doch nur die Querdenker, das sind doch nur 5000 oder was auch immer. Ja, das sind doch nur die, die gerade gegen den Regierungskurs protestieren. Und wenn eine Regierung das verbieten kann, kann man das dann noch offene Gesellschaft, kann man das noch Demokratie nennen? Ich meine nein. Das ist äußerst verwunderlich, dass diese Menschen das immer noch rechtfertigen. Ich blicke so ein bisschen zurück und wenn ich so die letzten, die 70er Jahre, Ende der 70er Jahre passiere, das war für dich noch eine heile Welt, weil da hattest du noch nicht so viele Möglichkeiten, über die Welt nachzudenken. Aber mir ist es ja deutlich geworden, dass der Sozialabbau, der hat angefangen hat, den kann ich klar verorten, weil es war so ein Weihnachtsfeier, wurde von der Firma eingeladen, da durften alle Kinder hin, einen Walt Disney-Film und das wurde dann auf einen Schlag eingestellt. Das war so 75, 76 so etwa. Und seitdem sehe ich, wie die Sozialerrungenschaften zurückgefahren werden und die Spaltung der Gesellschaft, also die letzten zehn Jahre habe ich es deutlich gemacht, zugenommen hat. Und jetzt kann man ja nicht mehr von Spaltung reden. Jetzt ist es ja eigentlich eine Zerschlagung. Ist die Mission erfüllt? Das klingt dann danach, ob da Absicht drin wäre, aber ich gebe dir erstmal recht, es sind eigentlich schon zwei Gesellschaften und da ist vielleicht sogar auch der Gewinn drin, das zu erkennen. Also ich habe lange das mit Schrecken mit angesehen, dieser Vorgang der Spaltung der Gesellschaft, auch versucht davor zu warnen oder zu sagen, lasst uns nicht spalten und das ist dieses Teile- und Herrschenspiel. Und jetzt muss ich sagen, es ist tatsächlich vollendet, beziehungsweise es kann natürlich noch schlimmer werden, wenn es noch deutlicher, noch sichtbarer wird. Aber das geht ja durch die Familien durch und da ist auch so eine Sprachlosigkeit und Diskursverweigerung, die auch gar nicht mehr wieder gut gemacht werden kann bei ganz vielen. Selbst wenn irgendwie dieses C-Thema irgendwann mal weg sein sollte, dann hat man ja immer noch den Verdacht, okay, der andere, der wollte eigentlich nicht mehr, dass ich ihn besuche oder der hat mich mehr mit mir gesprochen oder der hat mich für rechts gehalten oder was auch immer da an Diffamierungen von stattgegangen ist. Und da würde ich sagen, wir haben eigentlich jetzt mindestens zwei Gesellschaften und vielleicht ist darin die Chance, weil man dann auch sehen kann, okay, dann lasst uns vielleicht mal innerhalb derjenigen, die die Werte Freiheit, Demokratie, Grundrechte oder auch Lebendigkeit, Gemeinschaft, Versammlungsrechte, solche Sachen hochhalten, lasst uns erstmal mit denen zusammen versuchen auszukommen. Das ist schon schwer genug. Wie soll man das jeweils schaffen mit Leuten, die nicht aufschreien, wenn die Regierung zum Beispiel sagt, das Recht auf körperliche Unversehrtheit oder auf die Unverletzlichkeit der Wohnung wird eingeschränkt, wenn es diese Gesetze jetzt gibt. Wenn da noch kein Aufschrei ist, dann möchte ich auch mit dieser Gesellschaft nichts zu tun haben und ich möchte auch ehrlich gesagt nicht in einer Gesellschaft etwas mit Menschen zu tun haben oder in die gleichen Bars oder Konzerte gehen mit Menschen, von denen ich weiß, dass sie mich sofort rausdrängen würden, sobald ich nicht ihrer Ideologie entspreche. Sorry, da kann ich keinen Spaß haben in dieser Bar. Und das ist vielleicht eben dann auch die Chance, dass man von dieser Erkenntnisspaltung der Gesellschaft, vollendete Spaltung dann auch weitergeht. Okay, wie bauen wir jetzt wieder? Aber doch das, was wir brauchen, Lebendigkeit, Sozialität und echte Solidarität auf mit denjenigen, die das wollen. Also letztendlich geht es um den Diskursraum, dass der wieder geöffnet wird. Ich habe es selber nur am Rande mitbekommen, aber zu meiner Kindheit gab es noch den internationalen Frühschoppen, von dem habe ich sicher auch schon was gehört. Und da hat man wirklich diskutiert und die, wenn man sich Aufnahmen anschaut, das meint man wirklich, man wäre im letzten Jahrtausend. Ja, war man auch. Aber so weit ist es ja gar nicht zurück. Nur, wenn ich jetzt angucke, es gibt einen Rundfunkstaatsvertrag. Das ist nicht Presse, sondern das ist Staatsvertrag. Also es ist nicht Presserecht, wenn jetzt einer vom ARD und ZDF dasteht und sagt, das Presserecht ist in Gefahr. Nein, das ist Rundfunkrecht. Und im Rundfunkstaatsvertrag, die über unsere GZ-Gebühren, ja, also jetzt Beitragsrundfunkbeitragsgebühren abgebucht werden, steht drin, dass eine allgemeine Berichterstattung stattfinden muss. Also das eine wie auch das andere dargestellt werden muss. Und der mündige Bürger soll sich aus dieser beiden Welten bedienen und sich ein eigenes Meinungsbild schaffen. Das ist schon seit Jahren so ausgehöhlt. Warum? Da könnten wir jetzt Bücher drüber schreiben, da geht es gar nicht. Aber hast du eigentlich jetzt sozusagen mit dem Niedergang der etablierten Medien quasi dein Aufblühen von Kaiser TV zu machen? Das muss ich ja zugeben, dass ich da sozusagen der Krisengewinner bin. Und gleichzeitig sage ich natürlich, aber ich möchte gerne eine Gesellschaft, die diese Worte auch mit Leben füllt. Also wir haben all das. Wir haben einen Pressekodex, wir haben diesen Rundfunkstaatsvertrag und wir haben noch sehr viel mehr schriftlich niedergelegt bis zu den UN-Kinderrechten und wie weit man da gehen kann. Aber es wird ja nicht mit Leben gefüllt, beziehungsweise es hat meines Erachtens so eine Art stille Machtergreifung stattgefunden von Menschen, die nie vorhatten, den Geist des Gesetzes auch zu leben. Vielleicht sogar bewusst. Und aber das Schlimme meines Erachtens ist, dass es so viele Menschen gibt, die das in Ordnung finden, die das abnicken, die das nicht merken, die nichts vermissen, die eben nicht den internationalen Frühschoppen oder was es auch rein qualitativen Gesprächen im Fernsehen gab, Günther Gauss zum Beispiel, die das nicht vermissen. Und dann muss man auch sagen, dann hat man es ja fast auch als Gesellschaft verdient, wenn die Gesellschaft diese Art Vernachlässigung von der Seite derer, die da arbeiten, also in der Presse zum Beispiel, in den Medien, wenn die diese Vernachlässigung nicht beklagt, laut und deutlich. Und natürlich ist zum Beispiel mein Kanal und noch viele andere Kanäle oder der Rubicon Verlag oder Reitschuster oder Ovalmedia und viele andere, der Zuspruch, den die bekommen, ein Zeichen dafür, dass da noch etwas ist und dass man, wie ich eben sagte, vielleicht sich auch darauf erstmal konzentrieren sollte. Weil wenn du sagst, wir müssen wieder den Diskursraum erweitern und öffnen, der ist ja verschlossen, würde ich sagen, gib es auf, die wollen nicht und du kannst nichts öffnen, was geschlossen sein will. Aber auf der einen Seite ist der Diskursraum sperrangelweit auf bei denen, die wollen. Wir haben so große Vernetzung und so große, ja auch Zuspruch und Reichweite. Das ist meines Erachtens eine Scheinwelt, die da gemacht wird, dass irgendwie ARD und ZD11 oder die Konzernmedien, die haben zwar noch so eine Art Renommee, aber da ist ja überhaupt kein Diskurs mehr drin, der irgendwie es wert wäre, so genannt zu werden. Und der findet aber trotzdem statt. Und da würde ich sagen, es muss gar nicht so eine Erweiterung oder eine Öffnung geben, sondern es muss einfach noch durch weitere Arbeit immer klarer werden, das eine kann man sich nicht anhören, bis auf weiteres. Und das andere ist das, was wertvoll ist, was wir brauchen in einer offenen Gesellschaft, aber ist es da. Wir müssen es nur, ja, wir müssen es nur weiterhin rezipieren. Also der Diskursraum ist eigentlich für diejenigen offen, die daran teilnehmen möchten. Ja, das ist auch meine Wahrnehmung. Also es ist nicht weg. Es ist nur der Bereich, wo früher der Diskurs stattfand. Der ist sehr einseitig geworden, der hat Schlagseite. Und da kann man sich natürlich auch fragen, warum der so Schlagseite hat. Aber es ist immer so die Frage der Moral. Wenn die Moral, nee, wenn der aus dem Beruf heraus die Moral abgeleitet wird, dann ist oftmals ein Eigeninteresse auch im Vordergrund. Weil dann hast du natürlich, da wo du stehst, ist genau das Richtige und das, was du tust, ist genau das Richtige. Und alle anderen müssen sich dem fügen. Wenn man das ein bisschen näher betrachtet, wenn die, die für Krieg sich entscheiden und letztendlich gar nicht davon betroffen sind, dann ist es natürlich leicht, sich moralisch zu erhöhen. Wenn man aber jetzt feststellen würde, gut, ihr habt jetzt als Politiker entschieden, ihr geht jetzt dort in den Krieg, dann seid aber bitte auch mittel und unmittelbar davon betroffen. Also alle Menschen, die euch nahestehen, die sollten doch bitte ganz vorneweg an vorderster Front mitlaufen. Und dann bist du schon wieder beim römischen Philosophen Kikoro, qui bono? Wem zum Vorteil? Wem nutzt das? Und uns fehlt eigentlich die Verantwortlichkeit auch auf den Ebenen, die letztendlich für das Wohl der Menschen verantwortlich sind. Skin in the game. Da sind wir wieder bei Taleb, der das auf die Intellektuellen auch bezogen hat. Und das ist so ein bisschen mein Schlachtfeld. Ich sage, warum schweigen die alle? Warum gucken die dazu? Also sehr pauschal gesagt. Weil sie kein Skin in the game haben, beziehungsweise weil sie sich auch oft in einer Welt befinden, in der sie die Nöte der Menschen nicht mitbekommen. Oder dass sie ideologisch schon so, und das gilt dann vielleicht für Journalisten und Politiker auf gleiche Weise, vorgeprägt sind, dass sie die Freiheit bereit sind zu opfern für ein höheres Ziel. Und das ist bei sehr vielen Intellektuellen, neben ihrem eigenen Fortkommen, ihrer eigenen Karriere, eben so eine Art, ich sage es jetzt mal so, sozialistische oder das, was man sozialistisch nennen würde, vom real existierenden Sozialismus mal ganz abgesehen. Also sagen wir, eine kollektivistische Ideologie, die versucht, zum Beispiel die Klimaziele oder zum Beispiel das Corona-Ziel und weitere Ziele so für eine nachhaltige Welt und Gesellschaft eben auf globalem Maßstab zu installieren, was aber nach deren Ideologie nur durch Kontrolle, Regulierung, Umverteilung und Planung geht. Und das ist meines Erachtens eine zentralistische Planwirtschaft, die hier auf globalem Maßstab angedacht wird von diesen Ideologen und Intellektuellen, die davon nur profitieren können, wenn sie jetzt sagen, wir müssen noch härtere Maßnahmen, der Staat muss sich trauen, er muss Verbote setzen, die Menschen lieben Verbote, die Menschen sollen ihre Pflicht erledigen, dann bin ich hinterher der Intellektuelle, der für diese Ideologie stand und der sich sozusagen als ihr Mundwerksbursche hergegeben hat. In den, ich glaube 1990 war das, gab es eine Zusammenkunft der entsprechenden führenden Nationen, Leuchten. Die haben den Begriff des Tititainments geprägt. Sagt dir vielleicht was? Ja. Also sprich, die Menschen, die natürlich immer mehr werden, 8 Milliarden, das war schon damals sichtbar, die kriegt man nicht mehr alle unter Lohn und Brot, aber es ist natürlich ein Gefahrenpotenzial, wenn die plötzlich dann nicht mehr zufrieden sind. Also versucht man sie, Titi, also an der Brust sozusagen, sich warm, wohlig zu fühlen, aber das Entertainment, sprich sich zu berieseln, dass sie ihres eigenen Denkens nicht mehr in der Lage sind. Und wenn wir jetzt angucken, was, dass unsere Sprache derzeit an Würze verliert, die Ausdrucksweise, du kannst ja heutzutage nicht mehr Worte verwenden wie destruktiv, das versteht ja gar keiner mehr, was das überhaupt bedeutet. Also wir fangen an, unsere Sprache in eine Pictin-Sprache zu verwandeln, wo es 1, 2 viele gibt. Oder halt, wenn man Homer anschaut, weißt du, du liest Homer und die hatten damals wirklich das Pech, die kannten nur drei Farben, etwas Rot, etwas Gelb, aber kein Blau. Und jetzt muss der beschreiben, wie das Meer aussieht, wie das ist. Die wussten natürlich, dass es Meer blau ist, aber die hatten kein Wort für blau. Also mussten sie es umschreiben. Und irgendwie sind wir bald auch wieder an dem Punkt, dass wir Dinge umschreiben müssen, weil wir gar nicht mehr die Worte dazu haben. Also wir dürfen manche Worte ja gar nicht mehr verwenden. Es gibt das N-Wort, das C-Wort, irgendwann gibt es das A-Wort, das B, das C, das D. Also in jeder Diskussion warten, glaube ich, nur die Haie darauf, dass irgendein Trigger fällt und dann bist du der oder der. Verschwörungstheoretiker, der Nazi, der, der, was auch immer, was man dann findet. Wobei keine geschichtliche Verständnisse vorhanden sind. Also wir stehen teilweise die Haare zu Berge, wie jetzt bei dir, wo ich mir sagen muss, was haben wir gelernt? Ja, nicht so ganz, aber sie stehen leicht nach oben. Von daher elektrisiert. Also es findet da gerade eine Errichtung statt über Schule und Bildung. Jetzt kommen wir eigentlich zu meinem Kernanliegen, das auch du letztendlich hattest. Darum hast du dich ja als Lehrer sozusagen entschieden, den Beruf zu tun. Wir können eigentlich die Gesellschaft nicht ändern, indem wir jetzt dagegen anschreien, indem wir jetzt aufklären in diesem Thema. Wir können sie eigentlich nur ändern, indem wir die Ausbildung unserer Kinder dorthin führen, wo das Leben ist, dass sie mitten im Leben stehen, dass sie verstehen, was Gesundheit ist, dass sie halt klar wissen, okay, ein Nimmer-Corona, ein Virus ist Teil unseres Lebens. Das ist schon seit ein paar Millionen und ein paar hundert Millionen Jahre da. Und das bestimmt uns. Und wie können wir uns dagegen schützen? Mit gutem Essen, guter Nahrung, sprich gutem Wasser, viel frische Luft, viel Beziehung zu anderen Menschen, Herzlichkeit und dann von mir aus noch guten Sex und nochmal zwei, drei Dinge dazu. Ja, und das, was letztendlich die Corona-Prävention, bleibt zu Hause, trifft euch mit keinem anderen, schon gar nicht irgendwie lecker kochen. Also, die müssen eigentlich wieder das Ursprüngliche erfassen können, was Leben, was Veränderung, was Menschsein ausmacht. Was sind da deine Gedanken? Und auch das ist ja nicht etwas, was erst im letzten Jahr so eingeschränkt war. Wir haben es dann jetzt so stark empfunden durch Gesetze und Verordnungen und haben auch gesehen, vielen macht das nichts aus. Die richten sich gerne in ihrem Kokon ein und bleiben dann besondere Helden. Und sind mit Netflix und dem Pizza-Service vielleicht irgendwie da auch gut bedient. Und dann, wenn sie aber so ein bisschen Lust haben, mal wieder nach Mallorca zu reisen, dann lassen sie sich entweder mit einer Bratwurst bestechen, nee, andersrum, lassen sie sich dadurch bestechen, dann eben sich da spritzen zu lassen oder eben mit einer Bratwurst. Aber es gab dann eben ja auch diejenigen, die das jetzt so stark vermisst haben und die vielleicht auch nochmal, also ich muss es von mir selber sagen, aufgewacht sind. Moment, hatte ich denn dieses Leben, von dem du jetzt gerade so in so schönen Farben sprichst, hatte ich das denn vorher? Ich meine, hatte ich jetzt total nur Abende unterm Olivenbaum mit Rotwein und Freunden und Musik und Berührung und gutem Sex so? Manchmal schon, aber das war natürlich auch schon unser modernes Leben. Ja, zurückgezogen in der Einfamilien, in einem Einfamilienhaus oder auch im Single-Apartment, wie unser modernes Leben eben aussieht und nicht im Dorf, in der Sippe, in der Gemeinschaft, wo man eben sehr viel Solidaritätszusammenhänge, Strukturen hat. Und das ist jetzt die große Chance, das unseren Kindern zu ermöglichen, dass sie auch in der Art und Weise, wie sie sich bilden können, schon diese Gemeinschaft spüren. Ja, auch eine Klassengemeinschaft, heutzutage verdient den Namen eigentlich ja nicht mehr. Da werden einfach Leute, die zufälligerweise zu einem bestimmten, in einem bestimmten gleichen Jahr im Umkreis dieses Gebäudes geworfen wurden, die würden dann irgendwann in das Gebäude gebracht und dann werden sie da sozusagen über einen Kamm geschoren. Ich pauschalisiere jetzt, aber das ist natürlich ein anderes Bild, als wenn man wirklich durch Interesse geleitet mit denjenigen zusammenkommt und auch wechseln kann, wie es das eigene Interesse und die eigene Motivation hergeht, von wem ich heute was lernen will, was ich heute lernen will, mit wem, wie schnell und so weiter. Da ergibt sich natürlich dieses berühmte Wort von, es braucht ein Dorf, um ein Kind aufzuziehen, wirklich bildhaft. Und dann kann dieses Kind jetzt auch wirklich beitragen, später als Erwachsener zu dem sozialen Kapital, wie die Soziologen das nennen. Robert Putnam hat das sogenannt, soziales Kapital, ist das, was uns verloren geht, wenn wir die Kinder, wenn wir denen das nehmen oder wenn wir es ihnen nicht ermöglichen, das aufzubauen. Und dann haben sie es natürlich auch später nicht als Erwachsene, um eine funktionierende Gemeinschaft und Gesellschaft aufzubauen. Und dann ist aber jetzt wirklich wieder die Chance, aha, wir sehen, es gibt diese Sehnsucht bei denjenigen. Lasst uns mit denen zusammenkommen, lasst uns mit denen auch neue Formen der Bildung, eigentlich sind es wahrscheinlich alte Formen der Bildung, lasst uns die wiederbeleben und lasst uns dieses gute Leben, was wir vielleicht auch vorher schon aus den Augen verloren hatten, jetzt wirklich angreifen. Das ist ein, glaube ich, wichtiger Punkt, darum erwähne ich ihn nochmal in den Worten. Weil das, was du angesprochen hast, ist absolut nachvollziehbar. Wir haben quasi unseren Lebenssinn auf der Strecke gelassen. Wir sind durch die Zerschlagung der Familie in die Verstädigung, in den letzten, von mir aus 50, 60, 70 Jahren der Industrialisierung geschuldet, alles nachvollziehbar. Aber damit haben wir uns immer weiter zurückgezogen, immer weiter in eine Ebene des Materialismus hinein, als Ersatzbefriedigung. Das ist eine reine Droge. Die wirkt genauso, wie wenn jemand gerade als Mann in den Mediamarkt reingeht, den siebten Videorekorder zu haben, weil ich habe ja sieben Zimmer. Das ist eine unglaubliche Verführung. Oder das nächste Netflix-Video reinzuschieben, das ist eine unheimliche Verführung, aber es ist nichts anderes als eine Ersatzbefriedigung. Das ist das Gleiche, wenn ich Fernreisen machen muss, weil ich einfach in meinem Beruf so im Hamsterrad drehe, dass ich mir einfach mal eine Auszeit gönne. Wenn ich aber das liebe, was ich tue, dann muss ich nicht in die Karibik fliegen, nur um auszuspannen. Dann kann ich das auf dem Balkon genauso gut. Und das ist uns, glaube ich, verloren gegangen, diese Anbindung an das, was es eigentlich ausmacht zu leben. Und so wie du sagst, jetzt haben wir die Chance, weil wir es jetzt spüren, dass diese Anbindung verloren gegangen ist, dass wir eigentlich entseelt sind, dass wir eigentlich nur noch, ja, Zombies wäre jetzt übertrieben, aber wir sind fast so weit. Es gibt so einen schönen Pilz, der bei Ameisen wirkt. Der geht durch die Ameisen durch, durch das Gehirn, und pflanzt sich dann in das Gehirn rein. Und das steuert die Ameise dann. Und vielleicht ist Corona dieser Pilz, wo uns selber steuert. Das würde einiges erklären. Also die Pilzwelt ist eine ungenauentlich interessante Welt, weil sie auch in der Kommunikation uns weit, weit überaus ist. Also die hat eine Art und Weise der Kommunikation, da können wir alle noch lernen. Wir fangen gerade ja mal erst an, von der Natur ein bisschen was zu lernen, wie Bäume kommunizieren, dass es alles miteinander vernetzt ist. Und ich glaube, Corona hatte da eine Chance, diese Vernetzung auch sichtbar zu machen, dass es halt nicht geht um Isolierung, sondern es geht eigentlich um mehr zu begreifen, um ein Miteinander. Und das hast du schön dargestellt, weil die Bildung ist ein Schlüssel. Ja, und dass wir auch alle miteinander verbunden sind, ja, vielleicht so ähnlich wie dieses Rhizom, wie diese Pilze unter der Erdoberfläche, dass wenn mit dem einen etwas passiert, die anderen auch tangiert werden. Ohne, also dass wir sozusagen dieses redaktionistische Menschenbild, ja auch, dass uns das dazu geführt hat, zu sagen, ja, der Mensch ist nur so eine Monade, eine Zelle ohne Fenster, ohne Verbindung zu anderen. Und letztendlich ist es egal, wie ich mein Leben führe. Und das ist nicht so, sondern die Art und Weise, wie ich mich aufstelle, wie ich mich bilde, wie ich versuche, mit meinen Liebsten und Nächsten umzugehen oder auch mit den Fremden, ist verantwortlich dafür, wie es dann in der Gemeinschaft auch ist. Also wir können alle dazu beitragen. Und weil du eben sagtest, ich muss dann auch nicht mehr, wenn ich so konsumistisch eben nicht mehr denke, weit auf die Malediven fliegen oder so, dann kann ich auch auf dem Balkon ausspannen, finde ich genau richtig. Allerdings, man würde dann halt nicht sagen, ja, wenn ich das habe, dann kann ich auch im Keller ausspannen. Also man sagt schon, auf dem Balkon. Das heißt, irgendwas ist da schon, was wir brauchen von außerhalb. Oder im Garten, wie die arbeiten. Eigentlich in die Natur. Wir brauchen Natur. Und das ist eben das, was wir eigentlich vermissen, wenn wir jetzt reisen, auf die Malediven oder sonst wie. Wir suchen ja diesen Locus Amönus, diesen sehr idyllischen Ort, der ja eigentlich nicht durch eine 2000 Euro Flugreise eigentlich erst und dann nur ein, zwei Wochen im Jahr ermöglicht werden sollte, sondern den wir so in unserer DNA wahrscheinlich drin haben, also die Sehnsucht danach, weil es einfach evolutionsgeschichtlich sinnvoll ist, dass wir solche Orte haben müssen in unserem Umfeld. Wir müssen an solchen Orten leben können. Und der Zugang muss leicht sein zu solchen Orten. Also das sollte dann halt auch nicht nur der Balkon sein, sondern tatsächlich die Natur und wo auch andere zusammenkommen. Und das ist auch wieder die Chance. Ja, wir sind in diese Verstädterung gegangen, aber wir können auch wieder daraus lernen. Wir müssen das jetzt auch umstellen. Aber da ist auch meines Erachtens wieder die Gefahr. Das sind so fast schon die Worte von einem Klaus Schwab und einem Great Reset, der sagt, so, der Kapitalismus ist an sein Ende gekommen. Wir müssen ihn jetzt verbessern oder umstellen. Das ist manchmal so, manchmal so. Wir haben jetzt die vierte industrielle Revolution und die geht auf grün, nachhaltig, inklusiv, sozial, gerecht und so weiter. Das sind ja tolle Worte, wo man sagt, ja, natürlich, wer möchte das nicht grüner haben und die gemeinschaftliche Zusammenarbeit viel harmonischer. Aber da eben die Gefahr, wenn man das von oben macht, kann es eine Machtideologie sein. Es kann missbraucht werden. Es kann schief gehen, weil es eben zentralistisch ist und planwirtschaftlich ist. Und es muss aber trotzdem geschehen, aber von unten, von uns eben. Und das kann nur in kleinen Zellen passieren, die sich zusammenschließen und wo man dann eben ein Small Reset hat, wie ich das nennen würde. Man muss auch an der Stelle mit Natur ganz vorsichtig sein. Wenn Natur um zu ist, dann wird es so sein, dass ich mit meinem SUV hintendran ein Elektro-Mountainbike in den Wald fahre, das Ding ablade, dann durch die schönen Trails durch, Bretter, ein paar Wanderer noch dabei erschrecke und dann mit frischer Luft gefüllt wieder in die Stadt fahre. Und das kann nicht das Bild sein von Natur, sondern Natur immer in gemeinsam, mit so wohl als ob, also wirklich zu erzielen, zu entdecken, was es da gibt. Und dann sind wir wieder genau bei dem Punkt, wo eigentlich, eigentlich das, das alles rund wird und sich alles schließt. Wir müssen zu einem Miteinander kommen. So der Sachs verbindet euch mit anderen Menschen, die gleichgesinnt sind, gleichzeitig offen, holt euch die Informationen her, die da sind, betrachtet die eine, wie auch die andere Seite der Medaille. Natürlich ist das Leben wichtig und der Tod eines Menschen kann man noch fassen. Der Tod von Tausenden ist gar nicht mehr fassbar in einem emotionalen Körper. Das geht weit über das Verständnis hinaus. Und das zu dramatisieren und zu moralisieren, ist mit Sicherheit eine der Gewalten, die jetzt genutzt werden. Wir müssen aber einen Schritt weiter denken. Was ist Freiheit? Was wird uns genommen? Was sind wir da noch? Nur noch Sklaven einer Spritze, die jetzt alle vier, fünf Monate erneuert wird, wo wir dann nur noch angstgesteuert sind? Oder wollen wir uns öffnen und wollen liebesgesteuert sein? Weil diese zwei Alternativen sieht letztendlich die Natur vor. Über Angst sich steuern zu lassen oder über Liebe. Und derzeit ist das Pendel völlig klar in Richtung Angst. Und langfristig führt Angst eigentlich zu Krebs, zu jeglichen Krankheiten, die wir alle gar nicht wollen. Schlusswort bleibt dir. Das war ja schon. Also wer mit der Liebe enden kann, da kann ich ja gar nichts toppen. Mein Gedanke dazu ist eigentlich nur, dass wir wahrscheinlich nicht die Wahl haben, sondern dass es in uns eigentlich auch schon fertig und ausgebildet ist, wovon wir uns steuern lassen wollen. Wir können aber Bilder schaffen, glaube ich, weil du ja eben auch so diese Verführungskunst des Konsumismus erwähnt hast. Man geht in einen Elektromarkt und sieht das alles. Wie kommt man dagegen an? Ja, eigentlich wahrscheinlich gar nicht. Diese Verführungsgewalt ist zu groß. Aber man kann natürlich selber auch Bilder produzieren, die Menschen zeigen, die vielleicht noch diese Sehnsucht in sich haben. Das ist möglich. Dieses gemeinschaftliche Leben, dieses Leben in der Natur, in der Harmonie, wo Kinder anders aufwachsen, und wo eine echte Freiheit ist, auch Handlungsfreiheit. Und diese Bilder produzieren ist nichts Propagandistisches oder dass man sagt, ich mache jetzt hier Bilder, damit ich euch auf unsere Seite ziehe und dann habt ihr ein Abo-Modell bei mir oder so. Sondern man lebt das einfach und produziert automatisch Bilder. Wie auch immer diese Bilder dann an die anderen kommen, aber da vertraue ich auch dann ganz dem Universum, diese Bilder kommen an diejenigen, die sie sehen wollen und sehen sollten. Und dann ist das schon mal das meiste, was wir machen können. Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank. Danke dir. Vielen Dank.